Hallo Freunde, heute nochmal die Koop-Aufnahme von der Löwe und die Ratte, wo ich Bossmortes dem Rücken frei halte. Aufnahme sollte laufen. So, wir schauen mal nach hier drüben auf der linken Seite, nicht da wo unser Co-Kommandeur oder Kommandant entsteht. Nein, dahinter steht Bossmortes 010. Ja, ich würde sagen, wir sind heute nicht alleine. Und zwar, der Bossmortes ist heute wieder mit am Start, wie in anderen Spielen auch. Du rührst mich nicht los. Das sowieso nicht. Der Löwe und die Ratte ist angesagt. Ja, ich würde sagen, du führst an, ich decke dir mal freilich den Rücken, ne? Und dann kannst du mal noch ein bisschen was über die Story unterwegs erzielen. Weil die letzte Aufnahme, die ich da drüber hatte, die war ja auf Englisch, zumindest das sprachliche. Äh, äh, äh. Naja, nö, also... Äh, äh, Geheimnisse von Skurlock verkauft haben an den Karatek. So, und um dem ganzen Einhalt zu gebieten, sollen wir den letzten Verräter halt umlehren und mit dieser, der Löwe und die Ratte... Ja, die Ratte ist demzufolge der Verräter und der Löwe ist dieser, ja, Karatek. Ja, guck mal, da ist schon wieder eine kolonale Lieferung. Ja, aber nicht jetzt. Ne. Äh, geil. Das wird ein cooler Übergang. Da kannst du mal mit einem Fernglas draufhalten, das mach ich auch mal. Genau. Guck mal, da siehst du ein kleines Piratenschiff. Und, äh... Die Kompaniespitze. Genau. Die Treue, ein Plänkler. Ich fang an. Jop, du fängst an, genau. Ich hab das gerade eben schnell aufgenommen. So, ich hau mir mal Kampfessen rein. Ach, guck mal. Ach Gott. So, den hab ich mal eben für ausgeschaltet hier. Aber ich hab den anderen gleich weg. Jo, geht ja weiter, geht ja weiter. Überfall der Kompanieflotte. Guck mal da. Die Flotte segelt unter Karateks Flagge. Die Spectre, um die geht's jetzt. Dann holen wir sie uns. Boah, ich spring mir doch aufs Deck, ey. Hey, komm, heut mal gucken, wie's bei dir aussieht. Okay. Ich halte auch mal drauf in den Karatek hier. Oh, das hat geklappert. Ich kümmere mich mal um die ganze Beiermüse, oah. Wenn's recht ist. So, du machst die Spectre, Spectre, Ruhe, weiter. So, du machst die Spectre, Spectre, Ruhe, weiter. Das hat sich ja nicht getan. So, jetzt fliegen Kugeln. So, den entere ich mal eben schnell noch. Ähm, versuch den mal zu entern, wenn der kann. Ja. Brauchst du Hilfe? Mm-mm. Ich komm mal mit, äh, mit Mörser drauf. Poff. Alter. 13-9. Ja, der letzte Schuss war zu viel. Egal. Okay. Dann ist der Karatek auf jeden Fall erledigt. Und ich denk' aber, das Missions-Item hast du auch, ne? Ja. Kehr zu Sherlock zurück. Genau. Alles klar, dann werden wir jetzt hier müdlich zu Sherlock zurückfahren. Ich häng' mich mal an deinen, ja, Popo, wie man so schön sagt, ne? Dann segeln wir ihm müdlich für der Himmel. Aber ist ja nicht so schlecht, wenn er den Rücken freihillt, wa? Von dem ganzen Klingkram. Boah, hab grad 75 Schuss für die Bombarde bekommen. Mhm. Ui. Poff. Boah, guck mal, ist schon wieder was zum Sammeln nach vorne. Ich werd' aber irre. Wo kommt denn das ganze Zeug jetzt hier neuerdings her? Ja. Nein, die haben wahrscheinlich mitgekriegt. Das gibt's zu wenig Kohle momentan. Gerade wenn du die ganzen Fabriken am Laufen hast. Da ist ein Druck. In Fahrtrichtung. Hm, Abendbrauen sowas. Hm, schön. Gebt ihr voller Segel! Gott, vor allem, das war gar nicht so weit weg von der Basis, ne? Von der Hauptflüge. Kannst du mal sehen, du? Die Bahnhof-Neuchtturm-Reichweite waren wie Rando. Hast du mal zugehört? Was zugehört? Was der in der Kuh sagt? Das war ne Falle von Sherlock. Ich weiß. Ja, ja, äh, sagen sie halt üblich. Alles unter dem Land! Segel! In der Ferne! Vor uns! Da! 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 gebügelt aus meinem Schiffchen. Ja. Ach ja, du wirst mir jetzt übrigens nicht mehr als rot angezeigt. Ja, ich wüsste. Naja, ähm. Du bist ja jetzt hoch. Ja, bei mir wirst du immer noch als Stufe 7 angezeigt, obwohl dein Schiff Stufe 8 ist. Ach ja, stimmt, dein Rang ist Stufe 7. Dein Schiff ist selber Stufe, äh, äh, ist Stufe 7. Genau. Du bist Stufe 7, der Schiff Stufe 8. So, jetzt haben wir. Ja, bei mir wird, äh, Stufe 11 angezeigt. Ja, aber ich bin ja auch Stufe 11. Ach so, äh, die Stufe, äh, ich bin sogar höher. Weit höher. Ich glaube 26, 27, irgendwie sowas. Offiziell. Aber, ähm, macht ja keinen Unterschied. Oh, einreihen, ab in der Parkposition. Super. Ach so, meinst du, ich kann doch nochmal, kann doch nochmal reingehen, meinst du? Ich weiß nicht, ich glaube, kannst du... Äh, warte mal, ich kann mal reingehen, ich kann mal betreten. Ich glaube kaum, dass ich das nochmal kriege, oder? Kriege ich das jetzt nochmal? Tatsächlich. Oder? Ist doch perfekt für die Aufnahme dann, oder? Äh, Sturm überleben, sowieso? Ne, 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 hab ich nicht, hab ich nicht. Ach so, der Löwe und die Ratte. Hab ich hier, der Löwe und die Ratte. Kann ich tatsächlich, kann ich abgeben für dich. Okay, dann mach ich das mal. Caradex Banner, alles klar? Ja. Gut gemacht. Ähm. Aber ich hab das... Ist das Video? Nein. Das, das, weil das hatte ich ja schon mal. Ach ja, und wenn du hier weit genug bist, dann kriegst, kannst du hier später übrigens auch den Skullox Langneuner. Hier kriegst du dann ganz normal Schwarzpulver, Feuerwaffen drum und Skullox Verfolger, den Bauplan, kannst du hier auch kaufen. Gut gemacht. Okay. Aber den Bauplan hab ich aber recht. Und hier, wie gesagt, kriegt man die Skullox Langneuner, die letzte Waffe von ihm. Ja. Genau. Bleib immer auf der Hose. Oh Gott. Ah. Ich hab dann hier noch Weihnachten wohl. Yay. Den hatte ich mal vorhin bekommen, wo wir den Konvoi gemacht hatten. Da haben wir auch Wein bekommen. Den konnte ich erst gerade abgeben. Ich hab noch mal ein bisschen Kohle. Ja. Achso. Okay. Und ich seh grad, ich hab schon wieder irgendwas im Briefkasten hier. Aufgrund dessen. Ach. Ach ja. Ihr seid ein seltsamer Vogel. Genau. Hier, jetzt müsstest du hier auch diese Textnachricht bekommen haben. Ihr seid ein seltsamer Vogel, ein Sohn der Freiheit. Ich hörte Skullox, betrachtet euch beinahe als ebenbürtig. Wie viele andere Kapitäne seid ihr auf Skullox Lügen hereingefallen? Doch irgendwie seid ihr seiner Falle entkommen und habt sogar seine Gegner begibt. Seine Gegner begibt. Alles, was Skullox noch hat, verdankt er euch. Und trotz alledem bleibt ihr unter ihm. Tretet aus Skullox Schatten hervor und ihr werdet ihn in den Hintergrund drängen. Weitere Abenteuer erwarten euch. Spürt sie auf und unsere Wege könnten sich bald wieder kreuzen. Das war übrigens der Abschluss der eigentlichen Beta. Bis zu diesem Punkt konnte man bei Skullox dort zocken. Bis zu diesem Brief. Jo, ich wollte sagen unser kleines Abschlussbild. Jetzt sehen wir genau deinen Tag damit auch jeder dich wiedererkennt hier, ja? Alles klar. Ich wollte sagen wir verabschieden uns für diese Folge. Das war nochmal der Löwe und die Ratte soweit wie es in der Beta ursprünglicherweise mal ging. Jo, ich hoffe ihr hattet Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, was auch immer. Jede Unterstützung ist ja auf jeden Fall gerne gesehen. Ich wollte sagen wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschö mit Öl. Genau. Bis dahin. Ciao.